Petrís neue Partei? Aktuell liegt dem Bundeswahlleiter die Unterlagensammlung zur Gründung einer neuen Partei mit dem Namen die Blaue Partei vor. Auch wenn der Name des Antragstellers nicht genannt wurde, läuft die Gerüchtekirche heiß, dass Frauke Petri dahinter steckt. Nach den Worten eines Sprechers ist als Gründungsdatum der 17. September 2017 angegeben. Derzeit würden die Papiere, die am 26. September eingingen, geprüft, sagte der Sprecher am Mittwoch. Formal gehe es um die Aufnahme in die Unterlagensammlung des Bundeswahlleiters. Anfang Oktober waren Spekulationen aufgekommen, die bisherige AfD-Partei Chiffin Frauke Petri und die Ehemann Markus Pretzel könnten eine neue Partei unter dem Namen die Blauen gründen, zumal Petri zuvor die Internetadresse dieblauen.de angemeldet hatte. Die neue Partei werde einen solchen Namen aber nicht tragen, hatte sie erklärt. Mehrere Medien hatten am Mittwoch berichtet, der Betrieberater Michael Muster habe die Partei beim Bundeswahlleiter angemeldet. Weder Petri noch Vertraute von ihr wollten am Mittwoch Stellung dazu nehmen.